Wir haben hier eine waschechte Berner Tracht mit Chantal. Und im Lanzani TV, bitte, du mir mal erläutern, was geht hier durch den Kopf? Ja, äh, Eidgenössisch Bernisch, super. Kantonau Bernisch Jodlerfest, was geht hier deinem Herz vor? Sehr schön, sehr schön. Man kann wieder mal Tracht anlegen, mit dem Grund dazu. Und ja, es geht einfach. Wir sind sehr stolz auf dich, dass du hier unseren Kanton so repräsentieren und dass ich die überhaupt da durfte im Lanzani TV filmen. Wir schauen mal deine ganze Tracht an. Wunderschön. Und wir freuen uns, DVDs zu begrüssen im Lanzani TV.